Jona Frage des Tages ist, wer ist dein Zimmernachbar und was stört dich am meisten? Ello? Ist dein Geschnarche wirklich schlimm? Imidisch, der Schnarche wieder. Hallo, Kastenmeier. Alles. Daniel Bunk, der ist ein netter Junge. Mir stört nix, der ist ein cooler Typ. Selbstsatzvermein. Die ist Ajax-Fan. Emma, auch nix eigentlich. Super Typ. Gar nix, guter Mann. Zimmermann, das kann ich jetzt hier so nicht sagen. Intime Details. Ja, er schnarcht bei mir, siebert. Der liegt nur im Bett. Babitz, er labert so viel. Au! Ganz im Takt. Ja, er fotsit. Sorry. Au! Sorry!